Servus Leute, wir bauen heute eine Leerse um ein Grillrost schweißen zu können. So sieht das Ganze aus. Mit den Winkelstücken und den schwarzen Schrauben kann die Position der Stäbe bestimmt werden. Und mit den zwei grauen Platten können die Stäbe schön ausgerechnet werden. Das erste Werkzeug wird eingesetzt. Natürlich in mein neues Hydro-Dehnspannfutter. Hier kann man wieder sehen, wie dicht und passgenau das Ganze ist. Mit der Schraube an der Seite wird Druck auf eine Kammer ausgeübt. Das Fett dehnt sich auf und hält so das Werkzeug. Einfach genial gelöst. Als nächstes wird X, Y und Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Meine Schnittdaten wie gehabt unten seicht. Viel Spass! Das Fett dehnt sich. Viel Spass! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute den Aluprofilen. Die Aluprofile müssen entlang meiner CNC-Achs ausgerichtet werden. Das mache ich mit so einer Messuhr. Mit leichten Schlägen auf den Schraubstock richte ich das Ganze aus. Das mache ich so lange, bis es einfach perfekt ist. Nachdem das getan wurde, kann das erste Profil eingespannt und gestresst werden. Die Schnittdaten sind etwas, naja, zu Modersaat. Aber es ist ganz gut geworden. Die Schnittdaten sind etwas, naja, zu Modersaat. Durch den zusätzlichen Aufbau mit den Winkeln muss das Ganze wieder ausgerichtet werden. Das mache ich wieder mit der Messuhr. Hier kann man das Ergebnis sehen. Auch hier wieder. Nachdem das getan wurde, kann es losgehen. Das war's schon. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Ja, der Fusion-Teil. Also um diesen russischen Grill mit dem Namen Mangal soll es ja gehen. Das Ganze ist für den Schwager und auch wenn es mit dem Video nichts zu tun hat, ist das Tolle an diesem Modell, dass man die Kohleschale so zum Grillgut bewegen kann. Das heißt, das Grillgut bleibt oben immer gleich und wird dann mit einem, kann es schon sehen, Wagenheber hoch und runter gekurbelt. Ein tolles System, stand ehrlich gesagt nicht von uns haben wir kopiert und wir sind begeistert und deswegen machen wir das so. Okay, hier kann man den Sonst sehen, genau. Und da soll es ja gehen, das soll ja professionell gefertigt werden und gleich, also dass die Stäbe immer gleich sind. Und hier kann man auch nochmal die Spieße sehen. Das sind diese Spieße, natürlich für Schaschläge ganz klar. Okay, wir blenden uns den Rost ein. Kann man schon sehen, hier ist die Leerseite, die habe ich jetzt mal ausgeblendet, weil die auf dem Kopf ist. Markieren das Ganze und sagen isolieren. Jetzt arbeiten wir nur mit der Rostleer. Ich blende nochmal hier den Rost ein. Und nochmal kurz zum Aufbau. So, diese 5 mm Stäbe, hier ist es ein Vierkant, weil es leichter zu zeichnen war, aber es sind so ein Stäbe, werden gegen diese Platte einfach angezuckt. Damit sind die ausgerichtet und diese, ich nenne es mal Konterstäbe, müssen entsprechend ausgerichtet werden. Die erste hier, das wird mit diesen Schrauben gemacht, also wenn man es weiter raus dreht, dann wird es ein bisschen tiefer. Und das mittlere und das Endstück werden mit so Winkel ausgerichtet. Und so ist es dann immer gleichbleibend. Diese kleinen Platten hier können wir ausblenden, das war mal eine Idee, aber habe ich verworfen. Den Rost brauchen wir auch nicht mehr. Und hier kann man schon sehen, eigentlich müsste ja diese Platte hier sein. Ich habe nur keine Lust gehabt, ein Fertigungsmodell später zu erstellen, deswegen habe ich es gleich so gezeichnet und so positioniert. Es war leichter, einfach Copy-Paste und das Ganze um ein paar Millimeter zu verschieben. Auf eine Sache möchte ich nur eingehen, nämlich, das ist der Rahmen, also nichts Wildes, auch nichts Wildes, das hier. Hier kann man ja das Aluprofil sehen, hier die Stäbe. Das ist ja einfach diese zwei V-Linien, damit es einfach mittig ist. Und das Stück hier, das wird später die Ausbuchtung für die Stäbe, damit sie positioniert sind. Der Schwager hat gemeint, dass diese Fläche hier völlig ausreicht zum Hinlegen und Fixieren. Genau, da habe ich dann so gezeichnet, die einzelnen Stäbe. Wie gesagt, also, ich finde, das ist keine Wissenschaft und deswegen gehen wir jetzt gleich zur Fertigung. Die Fertigung. Man kann hier schon so ein paar Setups sehen. Wir starten mit, wie es in dem Video auch war, mit diesen zwei Platten. Dazu habe ich mir hier so ein Setup erstellt. Das habe ich einfach ausgemessen vom So-Teil. Dann eine Tasche, die kann man sehen. Ein Schneider mit einem Fleischliff, 4 mm. Ich habe diese Fläche ausgewählt. An den Höhen habe ich nichts gemacht. Maximal Querzustellung. Ich glaube, das ist so ein Standardwert, da habe ich nichts verändert. Und hier habe ich, meine ich, auch nichts verändert. Ich muss zugeben, das ist schon ein bisschen länger her. Genau, aber ihr könnt euch ja hier anschauen, was ihr braucht. Ich muss sagen, so die Schnittdaten, die waren gut. Man hätte auch vielleicht ein bisschen schneller durchs Material fahren können, aber die waren ganz gut. Mit 18.000 finde ich, ja, gefühlt ein bisschen viel. Ich meine, ich habe auch im Video ein bisschen die Drehzahl reduziert. 12.000 würde ich jetzt für so einen ABS-Kunststoff eher bevorzugen. Okay, einmal oben, einmal unten. Das als Setup, weil ich oben anpaste. Für die Löcher und für die Außenkontur gibt es ein neues Setup, kann man sehen. Der Nullpunkt ist nach unten gesprungen. Hier passiert ein bisschen mehr. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich habe, ich zeige es gerade mal, also hier sind die ganzen Löcher. Das mache ich einmal mit einer Kontur. Also man kann es schon sehen, ich fahre hier so kreisrund. Tauche ich ein. Mache unten nochmal so diese letzte Kontur, diesen letzten Kringel. Und damit ist auch das Loch fertig. Eins davon schauen wir uns mal an. Dasselbe Werkzeug. Schnittdaten unverändert. Hier die, als Höhe habe ich das hier angegeben. Wer als GMSI. Und als Endhöhe sage ich, bleib mal 0,5 mm von unten. Hm, das steht so ein bisschen im Weg. Bleib mal von unten einfach 0,5 mm weg. Damit du einfach meine Vakuumplatte nicht kaputt machst. Und, ähm, ja, auch in diesen Raster-Vakuum-Tisch nichts reinfährst. Ich finde das nicht schlimm. Ich habe später so ein 5 mm Browser eingespannt. Und natürlich einfach aufgebaut. Das war wirklich nichts Wildes. Genau. Ähm, hier habe ich, ich glaube, nichts verändert. Nur das hier. Die Sicherheitshöhe reduziere ich immer. Ich glaube, Standard ist so 2,5 mm. Dann kreist er unnötig in der Luft. Finde ich blöd. Und deswegen, so erzähle ich das hier immer. Und dann sieht das so aus. Und ich finde, es sah ja auch ganz gut aus. Also, ich glaube, da würde ich nichts verändern. Genau, das mache ich hier mit diesen ganzen Löchern. Die Außenkontur. Habe ich natürlich das hier als GMSI ausgewählt. Habe dann gesagt, bleibt mir wieder 0,5 mm weg. Denn das mache ich später eh mit der Oberfläche noch mal so eine kleine Phase. Genau. Tiefenschnitte 2 mm. Hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr machen können. Genau, 18.000. Hier habe ich gesagt, 0, 10 mm, also fahrt 10 mm weg, ohne irgendein Radius. Und das sieht dann so aus. Also er fährt weg, taucht ein und fährt wieder zusammen. Ich arbeite hier also nicht mit der Stirn, sondern nur mit der Seite. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich es ganz gerne so mache. Genau, einmal oben, einmal unten. Tasche, das ist ein Copy-Paste-Fehler. Das hat hier nichts zu suchen. Genau, und das war die Kontur. So sieht das Ganze dann aus. Und das waren diese Anschlagplatten. Machen wir weiter mit dem... Auf das Kleine gehe ich erst gar nicht ein. Weil das, was ich beim Kleinen mache, instinktiv richte ich meine Ansicht immer gleich richtig aus, wie die CNC auch sitzt, wo das steht. Deswegen gerade so dieser komische Schlenker. Auf das Kleine gehe ich gar nicht ein. Weil das ist beim Kleinen macht, mache ich auch beim Großen. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Nenne ich so. Passt das hier an. Das ist so, ich habe mit der Kreissäge das nur ungefähr auf Maß geschnitten. Ich gebe mir tatsächlich keine Mühe. Meine Kreissäge ist so ein bisschen verschlissen jetzt über die Jahre. Deswegen mache ich es einfach so. Ich sage, ich schneide es einfach ungefähr. Und taste mich dann so langsam trauen. Also hier kann man es sehen. Immer näher. Gucken wir uns das gerade mal an. Also 12.000. Super, super Trayzahl. Also finde ich gut. 900. Ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen schneller durchfahren können. Das habe ich als Kontur ausgewählt. Und da ich ja in der Luft kreise, bin ich 0,5 Millimeter früher, also höher habe ich angefangen. Und tauche 0,5 Millimeter tiefer ein. Und so weiß ich, dass ich, also bin ich auch ganz sicher, dass ich auch wirklich alles erwische. Tiefenschnitte, 1 Millimeter, fälliger Quatsch. Also da hätte man wirklich mehr geben können. So Teilaufmaß. Das ist ja dieses Sandtasten. Und das scheint der vorletzte Durchgang zu sein. Und hier habe ich nichts verändert. Genau, und das ist der finale Durchgang. Wie gesagt, 1 Millimeter Quatsch, völliger Quatsch. Da hätte man 4 oder 5 Millimeter machen können. Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Hier kann man sehen, zack, zack. Da taste ich mich wieder so dran bis zum finalen Schliff. Okay, dann fängt hier diese Kontur einmal schrubbt, schlicht. Gucken wir uns das gerade mal an. Als Kontur habe ich immer das hier ausgewählt. Als Geometrie wieder dasselbe. Fang früher an, hör später auf. Sack hier tiefen Schritte 4 Millimeter. Das ist ein super Wert mit einem Aufmaß. Also ich will das ja zweimal machen, damit die Oberfläche einfach perfekt ist. Und hier habe ich nichts verändert. Und das sieht dann so aus. Hier in meiner Ansicht ist es ja ein viereckiger Körper. In Wirklichkeit ist es ja so ein Profil. Das heißt hier, ich glaube, dieser mittlere Durchgang hier, der macht gar nichts. Weil einfach hier diese Nut ist, aber ja, macht ja nichts. Darf auch mal ein bisschen in der Luft schreisen. Schrubbt, schlicht. Unverändert, einfach Copy, Paste. Einfach nur das Drohteilaufmaß weggenommen. Die Kontur. Wieder dasselbe, wie bei dieser Platte. Einmal hier. Ah, schrubbt, schlicht wieder. Schrubbt, schlicht. Und schrubbt, schlicht. Gucken wir uns gerade mal die erste Borsum an. Nenne ich die hier. Da sehe ich als Geometrie das hier. Modelloberkante bis Modelloberkante minus 20. Ich meine, ich habe das Loch auch aufgebohrt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, selbst wenn er jetzt nicht bis ganz nach unten kommt, weil das Profil ist genau 20. Und wenn man die Höhe nichts richtig antastet, kann ja sein, dass da unten noch ein bisschen was übrig bleibt. Aber ist ja nicht schlimm. Weil einfach ein Borsum kurz eingespannt und dann aufgebohrt. Genau, hier habe ich nichts gemacht. Ich glaube, den Helix-Winkel habe ich etwas vergrößert von 2 auf 5 Grad und wie der Sicherheitsabstand reduziert. Damit er nicht so viel in der Luft gescheißt. Ich kann es mal zeigen. Das sind hier diese 0,5. Und ich meine, das sind hier diese 2,5. Da kann man sehen, dass es einfach in der Luft gescheißt. Ja, muss nicht sein. Ja, tatsächlich war das die ganze Fertigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht baut ihr es da ein oder andere nach. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euch gefallen hat. Ob wir das so in diesem Stil weitermachen müssen. Ob ihr noch Fragen habt. Immer gerne. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.